Ah, blöd. Blöd ist das. Die hauen auch alle ab, haben auch alle Schiss vor dem Sandsturm, Alter. Selbst die Afrikaner, die sowas gewohnt sind. Zumindest einigermaßen hier, wo wir uns sind. Oh, der lebt ja noch. An was lebt der denn noch? Zweieinhalb Minuten noch. Da ist der Filter immer stärker. Keine Moment, Nikolai. Wir sind auf dem Weg. Okay, dann... ...irgendwie die Fische rumher. Der fährt erstmal chillig mit dem brennenden Auto durch die Gegend. Was, wo, was. Was, wo, was. Hm, ich geh mal hier hoch. Okay. 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 So kanns weitergehen. Ja, guckt halt unschillig fände ich mal an den Feinddaten. so jetzt haben wir in dieser mission tatsächlich drei von drei feind daten geiler sache geile ne das wollte ich so nicht sagen sondern was ich sagen wollte ist geile sache geile sache und das leckt schon wieder warum auch immer oh jetzt bin ich wirklich mal während des lecks gestorben dieser behinderte leck warum denn was für glück war hier in speicherbump oh jetzt bin ich auch noch voll schlecht naja umso länger ist der part ob das nur gut oder schlecht ist weiß ich nicht aber nicht schon wieder ich bin schon voll im sand schon drin okay dahinten geht es richtig los aber irgendwie ist es ja auch schon ein so ein bisschen so einen großen raketenwerfer wo 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 den will ich umbrennen da ist er aber so wenig zeit ach hier muss ich doch muss ich doch ich dachte ich muss hier gar nicht lange ich schieße jetzt einfach hier mit ich schaff es eh nicht doch doch die zeit doch die zeit ist ja jetzt vorbei wegen sicher man diese blöden lags was ist denn los mit dem scheiß spiel ganz im ernst auch hier muss ich sagen jetzt die und also aber in und wir ja Jetzt sind wir im Sandsturm. Ich wusste es. Man sieht gar nichts. Echt gar nichts. Das einzige was ich wirklich sehe ist das Folgen. Alles wird zerstört was ist denn los? Gesichert. Man das ist echt krank ey diese Mission ist echt cool. Da ist Nikolai Schillig. Das Echo Team ist festgenagelt los los. Echo Team nähern uns eurer Position aus Richtung Süden. Verstanden. Ich will euch gesehen Freunde. Wo ist der Kontrolle? Wir haben zwei Fahrzeuge, 50 Meter weiter. Das heißt nicht. Okay. Chobi, schnapp hier Nikolai. Alle Hande. Man sieht echt nur die Taschenlampen von den Typen. Ja ich geh ja schon. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Und das als Ex-Spättsnaz. Spättsnaz. 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 Äh. So, da sind wir wieder. Den Ladebildschirm, der gerade war, habe ich mal rausgeschnitten, weil der war echt zu laggy. Ich hoffe mal, der letzte Part, also dieser Part, also dieser Part halt, ist jetzt nicht zu laggy, weil ich habe jetzt mal drei hintereinander aufgenommen an einem Stück. Drei Parts und ich hoffe einfach, dass das mal passt jetzt. Wenn nicht, dann kann ich leider nichts daran machen. Aber in Zukunft werde ich es wirklich so machen und das mache ich jetzt auch so oder so, dass ich einfach nur ein Part aufnehme. Dann mache ich das Spiel aus, beende die Aufnahme, mache dafür einen Ordner, pack das da rein und dann mache ich den neuen Part dann. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Part jetzt hier zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Das würde uns, beziehungsweise mir, wahrscheinlich, also eher uns, also weil es ist ja für den ganzen Kanal, äh, wie auch immer, würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Und ja, ihr könnt ja auch mal auf Sebuca Gaming, dem Kanal vorbeischauen, wirklicherweise ein Abo dalassen. Das würde uns sehr, sehr helfen, auf jeden Fall. Ähm, ja. Damit verabschiede ich mich jetzt mal wieder von euch und dann sehen wir uns jetzt im nächsten Part. Ciao!